D-N-A Ist besser als D-N-B Hast du nicht alle D-N-A ey Ich geh jetzt auf die Knie und hol dir meine D-N-A Baby Ich fliege da mal weiter Haha, die Sesam öffne dich nicht Soll ich jetzt ne gelbe Waffe hier nehmen? Moment, vielleicht jetzt ruhig Definitiv nicht Ich hab keine Waffe, die gelb ist Doch Rassismus Ich bin hier für Diskriminierung verantwortlich, nicht der Computer Geht's bestimmt runter Hier Hier scheint es nichts zu geben So, dann fliegen wir mal dagegen Oder schießen mal dagegen Oh Ui Was zur Hölle, wo denn? Ach da Da irgendwo Was? Da kann man auch noch rein Nö, ist täuscht Stirbst du mal bitte? Danke Hier Okay Schön zu wissen für die Zukunft Ist da vielleicht was Neues jetzt? Geht da, stirb! Psch So Gucken wir uns mal vorsichtig um Gucken wir uns mal vorsichtig um Mitgenommen Was zur Hölle bist du denn? Was zur Hölle bist du denn? Oh, Bild steht, Bild steht, Bild steht, Bild steht Warum auch immer, warum auch immer, warum auch immer Warum auch immer M, 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 R Boah, was bist du denn? Was bist du? Soll ich dich besser töten? Ja, es wäre wohl nicht verkehrt Ich häng da irgendwie drin fest Ja, ich komm da nicht mal raus Hör das mal irgendwann auf Ah, jetzt Ah, Fick dich Was ist das für ein Schrottding? Wo bin ich jetzt gelandet? Hier Er lebt ja immer noch Ich hab ihn geschürt Ich hab den Nachbrenner gefunden Auch jetzt JETZT So, und jetzt kann ich irgendwo anders wieder hin Ja, stirb Ja, stirb Jetzt noch zwei Sekunden von dem Nachbrenner Was immer genau ist Was zur Hölle, wo kommt denn das her? Wo kommst du jetzt schon wieder her? Mensch Stirb und hör auf mich zu nerven Ja, kratzen hier Es juckt So Da oben ist ja noch so ein Kack-Turm Stiefbombs Okay Jetzt müssen wir zu den Gefangenen-Decks Warum auch immer hier Gefangenen-Decks drin? Könnt ihr doch die Türen aufmachen? Was soll das für die Chilerei jetzt auf einmal? Schnauze Gibt's ja keine Zielerfassung Wer ist Intruder? Ich glaube hier ist irgendjemand der Kluge heißt oder so Keine Ahnung Komm, mach auf hier Bild steht Was zur Hölle, wo kommt die jetzt her? So ein der Dreck Mal sterben Was zur Hölle Alter Gibt's sowas in dieser End nicht Oh Gott 2 Milliarden Gefangenen-Zellen Oder wie sehe ich das? Die eine ist auch noch blau So, wenn man das sagen soll Gefällt mir auf jeden Fall nicht So Eiter weiter Boah Nicht lustig Nicht lustig Ich komm mal wieder auf Wohl eher nicht Überraschenderweise tauchen dann Gegner auf Wer hätte sich geahnt Oder zumindest höre ich Gegner Aber ich seh's ja noch nicht Einer zu können So Ist noch irgendwo ein Gegner? Ich weiß noch nicht wo Aber ich finde die schon noch Puh Jetzt hör ich nix mehr gut Aber ich seh noch was Eine Schutze des Schildes Eine Schutze des Schildes Schmutzschild So fühle ich mich Dass es aus Schmutz besteht Und dementsprechend auch nichts aushält Guck mal, guck mal, guck mal Ist tot, guck mal Okay Lass mich geradezu Und dann geht eine Tür auf Haha, ich bin der brillante Was ist der Was für ein Animator Was macht der Keine Ahnung Ich weiß bloß, was es ist Nicht was es macht Oho 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 Da steht ein Oho Was ist wo denn das? Was ist wo denn das? Was ist wo denn das? Das war der Geheimschalter Für die geheimschaltereien Hey! Was ist so? Wirst du mal sterben, bitte? Danke. Oh, der hatte, glaube ich, die Goldbahn hier hervorgerufen, der Schalter. Oder sowas ähnliches. Ah! Ist ja noch einer! Wirst du sterben, bitte. Und lass mich nicht. Och, nö. Ich suche mir das Node. Das würde mich eigentlich schaden, wenn ich so nah am Gegner dran stehe und ihn beschieße. Also so rein Interesse, Alter. Aber mit Gegnügen. Und nochmal DNA. Ui! Na ja, guck mal, ich hab den Nachbrenner drin. Ja, mehr als vier Orbit-Kugeln gehen nicht. Ich nehm trotzdem noch nichts. Oh. Der Nachbrenner ist schon wieder aus. Nur diese Kack-Nachbrenner-Konstruktion. Hätte man denn nicht länger konstruieren können? Da ist ja nichts da. Eine Schuze des Schildes. Eine Schuze des Schildes. Verhebt man vielleicht noch irgendwas, das ich so tüten kann? Abgelehnt. So, dann gucken wir doch mal. Da vorne ist bestimmt wieder eine irgendwo. Ist ja doch nicht. Nicht so. Aber da ist noch mal ein Schutschild. So sag ich doch mal nein und flieg weiter. Oh nein, natürlich nicht. Diese Tür hab ich doch gar nicht aufgemacht. Warum kommst du da jetzt raus? Soll ich denn der Mist? Soll denn das? Das geht doch nicht. Haltet euch gefälligst an eurer Reihenfolge und so. Mal kurz reingejuckt. Hier reingejuckt. Höh, höh. Ah. Eier ein bisschen durch die Gegend, sondern alles wird gut. Höh. Mir geht's voll gut. Ah. Ich häng auch nicht irgendwie ständig in der Wand fest. Kann ich auch einfach dagegen fliegen? Nein. Na also. Oh, so 20 mal dagegen schießen, schon klappt's. So, das war jetzt die Tür. So, da haben wir einmal DNA schon wieder. Ich seh ihn. Pui. Ui. Wie ich dir nicht denn da rausgekommen, ohne zu sterben? Ernsthaft, wie bin ich da rausgekommen, ohne zu sterben? Oder ist da hinten schon wieder so ein Turm? Höh. Hey, Baby. Soll ich dir mal meinen Turm zeigen? Ähm, ja. Ah, boop. Miss Getter, yeah. Ich kann zwar keine Ahnung, was mir du bringen soll. Ich hab's doch gesagt, Mensch. Ja. Bezweifelst, der Gegner hier seine Waffen wirklich verliert. Das würde ja dann voraussetzen, dass der Gegner gar nicht mehr schießen kann, was ein bisschen nackt. Vor allem gegen einen Gegner ist er so ein bisschen nützlos da. Tod, nein. Er schießt definitiv weiter auf mich. Oh, ich hab keine Mütze mehr. Kommt sehr... Kommt sehr gut gelegen. Verdammt. Verdammt. Hätte ich töten mit der Kugel? Ja, er weicht schon mal nicht aus, aber... Er ist voll. Pulsar. Pulsadern ausschneiden. Was? Ich soll mal Pulsadern ausschneiden? Mach ich gleich. Pulsar. Pine 3. Was soll Pine 3 heißen? Ist das der Ort, wo ich bin, oder was? Nidus Bastiae. Ist das denn, wo meine Mutter ist? Linksbomb. Yeah. Es steht alles wieder. Ich drehe mich mal in eine andere Richtung und fliege davor, denn da höre ich Gegner fliegen. Gegner fliegen. Sie fliegen. Nee, das ist definitiv nicht der Ort, wo ich bin, oder? Ui, guck mal, ein Gegner. Gehen wir mal für Energie, oder? Das Geräusch macht mir ein bisschen Sorgen. Egal, Karl. So, wir speichern mal ganz oben. Und drücken den nächsten Schalter. Und gleich kommen Gegner. Ah, und da vorne kommt ein Standturm. Und noch mehr Gegner von da vorne. Auch immer die schon wieder herkommen, alle. Das ist der Geier, weil sich das Schiff nicht hernimmt. Wir werden hier gebaut im Schiff. Aus den Schiffswänden. Oh, ich habe gar keine Raketen, die ich verschließen kann. Das erklärt, warum keine Raketen rauskommen, wenn ich den Raketenknopf drücke. Und dieses Deck ist ein wenig anders aufgeworfen. Das hat nämlich auch eine weitere Zwischenkammer. Außer ich habe die bei den vorherigen alle übersehen. Ich fliege da mal ganz schnell da rein. Und nach dem Tumbler. Den ich natürlich sofort gesehen habe, bevor ich in die Ecke geflogen bin. Kann man das auch zerstören? Jawohl, wir können alles zerstören. Ist das so nah? Yeah. Yeah, komm schon. Alle her. Ich mache euch alle platt. Äh, was? Schwiermine? Abschwiermine. Oh, das ist das, glaube ich. Oh, es steht. Raketen. Feuer! Vollgas! Alles raus! Oh, ich habe keinen Nachbrenner mehr. Oder? Nein, ist weg. Verdammt. Ich habe die falschen Türen aufgemacht, als ich im Nachbrenner hatte. DNA. Warum auch immer die in den Gefangenenzellen ist. Das muss keinen Sinn ergeben. Das muss es nicht. Ah, ich nehme mich da runter. Und die Munition will ich natürlich mitnehmen. Ah, und die Tür öffnen. Und noch doppelt Schild mitnehmen. Und die Munition nehme ich auch noch mit und dann geht es weiter. Oh, ich denke. Dumm die rumfliegen hier zurück. Rück, 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 kock. Rück, 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 rück. Ich könnte nochmal gucken, ob das hier vielleicht doch war und ich es nur übersehen habe. Äh, nein. Dann war es drüben auch nicht. Gut. Njet. Niente. Das ist jetzt voll verhacken. Zielerfassung, wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Ach, da ist ein Turm. Da ist ein Turm, Deluxe. Okay, wir wissen jetzt schon, der Gegner. Wir müssen wieder sterben. Noch einer. Glaubt ihr, das mit meinen unglaublichen Skille aufnehmen zu können? Oh, der vielleicht schon. Oh, ich habe ganz viele Wunderrakete. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder noch lebt. Ich will das ehrlich auch gar nicht so genau wissen. Aber ich will mal speichern, das möchte ich. Ja, denn ich habe hier noch einen Gang. Huiuiui. Das ist ja ganz mies hier. Sterb. Turm. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Ich bin ein lebloses, nie träumendes Objekt. Munition. Munition. Weißt du was? Ich habe Munition gefunden. Ja. Das ist was. Das bringt mir Raketen vorbei. Das ist auch Munition, oder? Dann kann ich die nicht aussammeln und verrückschieben. Ja, da erfasst das als Ziel. Ich habe viele Wunderraketen. Nicht mehr. Aber ich habe eine Orbitkugel. Dingsbomb. Und ich habe Raketen. Ja. Pulsare habe ich. Pulsar. Pulsar. Dann habe ich mir aufgeschnitten. Und damit beschieße ich euch jetzt. Pulsar. Ja. Ich habe die Jujigir. Ah. Stingsbomb. Hm. Raketen. Und eine Giga-Golfbahn. Der ist giga toll. Und giga groß. Und so. Das war so gigantisch. Ich habe einen Goldball, der fast zu groß ist wie mein Penis. Aber noch fast. So. So, was haben wir da noch drin? Kisten, Kisten, Kisten. DNA. Das sollte mal weggehen vom Haupteingang, wo sie irgendwie auch auf mich schießen. Spiel steht. Das ist kein Bug, das ist ein Feature, mit dem ich länger vom Spiel habe. So. Gucken wir noch da rein, da habe ich noch irgendwas leuchten sehen. Und jetzt können wir eine Stockwerke tiefer fliegen. Richtig schön tief runter können wir jetzt gehen. Tief, ganz tief. Von überbeugen hinter den spannenden Detaillen ist gut. Oh, er ist tot. Die nächste aber noch. Jetzt nicht mehr. Und bevor noch mehr kommt. Was ist das denn? So, Trick. Ja, wir sind einfach aus dem Nichts erscheint. Hinten einfach mal, ne? Einfach mal so aus dem Nichts erscheint. Ich glaube, der schützt mich. So, ne, links. Ich habe neun Gold Bars. Ich habe neun Bar Gold. Aber Gold ist doch Bar, ist doch nicht Druckanhalt. Fangen den Decks eingesammelt. Der Korridor Fertigungsdok ist jetzt aufgeschlossen. Was heißt Piene 3? Was habe ich doch gesagt? Du merkst es denn nicht, du Spasti. Aber ich habe dir Spasti nicht zuhört, deswegen. Kugel Dingsbomb. Das ist so langweilig. Ich spreche schon dem Sprecher nach. Ich spreche dem Sprecher nach. Da, friss mal das. Was ist das? Was ist das? Oh. Das letzte brauchst du nicht mehr fressen. Pack's ein und du dich mit nach Hause. So chill. So, wo ging's denn hier raus? Okay. Und tschüss. Böser Panzer. Böser Panzer. Pui, aus. Ich hör dir doch irgendwas fliegen noch. Wie hier. Ich kann dich hören. Ich kann dich sehen. Nein, das ist auch die falsche Wache. Aber das sind noch Raketen. Okay, das sind nur Smog, aber... Das Spiel steht. Hm. Okay. Es gibt noch mehr Waffen. Kenn ich gar nicht. Das müssen alles enge Gänge sein. Aber ich geh's doch gut, Mann. Nein, sind wirklich nicht da drin. Elfbombs. Wow, es gehen mehr als vier. Okay.